Hallo zusammen, ich mache hier den ersten Beitrag für die Videobox von VZ Kanti und ich hoffe, dass mir schon ganz viele Fans und Interessierte uns zuhören und zuschauen. Ich finde das eine ganz tolle neue Idee, weil so kann man immer auf dem neuesten Stand bleiben, was Geschehnis und Kanti Girls und so weiter anbelangt. Nicht immer nur man muss die Zeitung lesen, sondern ab und zu live alles kann mitverfolgen. Wenn ich mir drei Sachen für VZ Kanti wünsche, dann wäre mein erster Wunsch, dass wir nächstes Jahr wieder ganz, ganz viele Leute in unsere Halle locken könnten, dass unsere Fans uns wieder so unterstützen oder sogar noch etwas mehr, vor allem an unseren internationalen Spiel, wo wir nächstes Jahr teilnehmen dürfen. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir wieder Medaille nach Hause holen können und allen wieder so viel Freude machen, wie wir das letzte Jahr haben können. Und was man sich natürlich immer wünschen kann, noch etwas mehr Sponsoren, um den ganzen Klub zu unterstützen. Unser Sponsorklub Palavolo hat immer gerne neue Mitglieder und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und so könnten wir auch unsere Nachwuchs unterstützen und weiterhin unsere Wünsche wahr werden lassen. Ein Besuch von unseren EM-Spielen im September in Zürich lohnt sich natürlich in Fillerhinsicht. Erstens haben wir wieder einmal ein Event mit europäischem Spitzenvolleyball in der Schweiz, wo es sich immer lohnt, zu schauen. Zweitens wird unsere Mannschaft, unsere Staff, unsere Spielerinnen alle um jeden Punkt kämpfen, um jeden Ball. Und wir hoffen, dass unser Funken aufs Publikum überspringen kann und wir so eine wahnsinnig tolle Atmosphäre im Hallerstadion können zaubern, wobei man natürlich zu viele Leute braucht. Und drittens sind natürlich für unsere Kanti-Fans. Es sind drei Kanti-Mädels dabei, die auch alles werden geben und sich Mühe werden geben, um euch allen ganz viel Freude zu bereiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.